In diesem Video geht es um Mobbing in der Schule. Mein Name ist Uta Reimann-Höhn, ich bin Lerntherapeutin und Autorin und betreue die Internetseite lernförderung.de. Ich möchte Ihnen in diesem Video erklären, was Mobbing eigentlich ist, also wo dieser Begriff auch herkommt und was man genau darunter versteht, wie Sie erkennen können, ob Ihr Kind gemobbt wird, dazu habe ich auch eine kleine Checkliste zusammengestellt, was Sie gegen Mobbing tun können und wie Sie Ihr Kind richtig unterstützen. Es gibt drei Hauptkriterien, die zur Definition von Mobbing herangezogen werden. Zum einen ist Mobbing eine Wiederholungstat, es passiert also immer wieder. Dann steht hinter dem Mobbing immer eine Verletzungsabsicht und es besteht eine Machtungleichheit zwischen Tätern, oft eine Gruppe, und dem Opfer. Der Schularzt Peter Paul Heinemann hat den Begriff 1972 geprägt. Er hat Schülergewalt beobachtet und eine Möglichkeit gesucht, diese zu beschreiben. Man unterscheidet vier verschiedene Formen von Mobbing. Das erste ist das psychische oder verbale Mobbing. Das kann direkt stattfinden, aber auch indirekt. Direkt wäre, wenn jemand immer wieder verbal angegangen wird. Indirekt wäre, wenn er anderen dabei zuhören muss, dass sie ihn verunglimpfen, beschimpfen oder sogar bedrohen. Dann gibt es natürlich das physische Mobbing, bei dem körperliche Gewalt ausgeübt wird. Beispielsweise hat es eine Gruppe von Klassenkameraden auf ein Opfer abgesehen und versucht, dieses Opfer so oft wie möglich körperlich zu attackieren. Das ist direktes Mobbing. Aber auch physisches Mobbing kann indirekt passieren. Beispielsweise können Kinder einem Opfer immer wieder Steine in den Schuh stecken, Luft aus dem Fahrrad lassen oder ein Stuhlbein lockern. Beim relationalen Mobbing geht es darum, die sozialen Kontakte des Opfers zu zerstören. Das geht so lange, bis das Opfer keine Freunde mehr hat und sich auch nicht mehr traut, irgendeiner Gruppe anzugehören. Es bleibt alleine zu Hause. Die vielleicht perfideste Form des Mobbings ist das Cybermobbing. Das Internet eröffnet den Tätern nämlich die Möglichkeit, ihre Identität geheim zu halten oder zu fälschen. Und durch den fehlenden persönlichen Kontakt kann es zum sogenannten Enthemmungseffekt kommen und die Attacken sind noch viel übler. Gefühle wie Reue, Mitgefühl oder Schuld entstehen kaum, da ein direktes Feedback entfällt. Täter und Opfer müssen nicht mehr am selben Ort, zur selben Zeit anwesend sein, sondern das Cybermobbing ist jederzeit, von jedem Ort direkt möglich. Das Schlimme daran ist, dass das Opfer seine Rückzugsgebiete verliert. Gebiete, die es zur Erholung von den Attacken dringend nötig hätte. Cybermobbing erreicht die Opfer auch zu Hause. Mit den folgenden 16 Fragen können Sie feststellen, ob Ihr Kind möglicherweise ein Mobbing-Opfer ist. Hat Ihr Kind über einen längeren Zeitraum Verletzungen am Körper? Hat es häufig schmutzige oder zerrissene Kleidung an, wenn es aus der Schule kommt? Wurden Ihrem Kind schon zum wiederholten Male Gegenstände entwendet oder hat Ihr Kind Gegenstände angeblich verloren? Ist ein Machtunterschied zwischen Ihrem Kind und den anderen zu erkennen, ordnet es sich häufig einem anderen Kind unter? Ist Ihr Kind in der Pause oder beim Essen in der Schule häufig ganz alleine? Hat es Schwierigkeiten damit, in eine Lerngruppe oder in eine Sportgruppe integriert zu werden? Verhält sich Ihr Kind häufig ängstlich, unsicher oder hilflos in Bezug auf andere Kinder, kann es sich einfach schlecht durchsetzen und zeigt es plötzlich unerklärliche Angst vor der Schule? Haben Sie bei Ihrem Kind einen plötzlichen und nicht erklärbaren Leistungsabfall festgestellt? Klagt Ihr Kind vielleicht wiederholt über Bauchschmerzen, Übelkeit oder Schwindelgefühle? Sind die Fehlzeiten Ihres Kindes mehr geworden in den letzten Monaten? Wirkt Ihr Kind häufig unglücklich oder sogar deprimiert? Wird Ihr Kind von anderen eher gemieden und beispielsweise nicht zu Geburtstagen oder Ausflügen eingeladen? Wirkt Ihr Kind lustlos und zieht sich immer häufiger alleine in sein Zimmer zurück? Haben Sie das Gefühl, Ihr Kind flüchtet in Computerspiele? und zeigt Ihr Kind möglicherweise überempfindliche Reaktionen gegenüber Kritik? Auswertung des Minitests Je mehr Fragen Sie mit Ja beantwortet haben, desto wahrscheinlicher ist es, dass Ihr Kind Probleme in der Schule hat und möglicherweise gemobbt wird. Nun müssen Sie aktiv werden. Zunächst einmal sollten Sie mit Ihrem Kind sprechen. Fragen Sie nach und bleiben Sie hartnäckig. Denn oft leugnen Kinder, dass sie Mobbingopfer sind, weil sie sich schämen. Wenn Mobbing in der Schule stattfindet, müssen Sie die Schule informieren. Bestehen Sie darauf, gemeinsam mit den Lehrern und der Schulleitung Gespräche zu führen. Falls von der Schule keine Hilfe eingeleitet wird, können Sie auch den schulpsychologischen Dienst hinzuziehen oder sich mit einer Erziehungsberatungsstelle in Verbindung setzen. Achtung! Beim Mobbing zählt jeder Tag, den Ihr Kind der Situation ausgesetzt ist. Sie sollten deshalb auf jeden Fall schnell reagieren. Das sind die sieben Schritte gegen Mobbing. Die Mobbinghandlung muss unterbrochen bzw. abgebrochen werden. Lehrer und Schulleitung müssen informiert werden. Gemeinsam sollten sinnvolle Hilfsmaßnahmen besprochen und auch umgesetzt werden. Eventuell müssen dafür Fachleute von außen hinzugezogen werden. Für die Veränderungsmaßnahmen muss es einen Zeitplan geben, der auch regelmäßig überprüft wird und kontrolliert wird, bis das Mobbing aufhört. Und im Extremfall kann gegen das Täterkind zivilrechtlich vorgegangen werden. Immer noch sind Schulen häufig überfordert, wenn es darum geht, gegen Mobbing vorzugehen. Hilfe bei Mobbing gibt es auch in sozialpädiatrischen Zentren, in Erziehungsberatungsstellen, bei Schulpsychologen, bei Psychologen oder Psychiatern in freier Praxis, bei besonders qualifizierten Pädagogen, bei Kinderärzten mit psychotherapeutischer Zusatzausbildung. Fragen Sie nach, bleiben Sie hartnäckig. Es geht um die seelische Gesundheit Ihres Kindes. Haben Sie noch mehr Fragen zum Thema Mobbing in der Schule? Auf meiner Internetseite www.lernförderung.de finden Sie viele weiterführende Informationen zum Thema Schule und Mobbing. Auch in meinem YouTube-Kanal können Sie hunderte von kostenlosen Lernvideos anschauen. Kommen Sie doch einmal vorbei. Ich möchte mich für Ihr Interesse im Namen Ihres Kindes bedanken. Viel Erfolg beim Kampf gegen das Mobbing wünscht! Ihre Uta Reimann Höhlen Die Uta Reimann Höhlen Die Uta Reimann Höhlen